Jo Leute, Otto Otto hier. Wir sind heute in Trassem, an meiner Lieblingsstrecke. Es ist immer noch Winter, es ist immer noch saukalt und da ist man froh, dass es einige Strecken gibt, die offen sind. Wie zum Beispiel die Freeride-Strecke in Trassem. Die 90-minütige Fahrt nimmt man doch gerne auf sich. Außerdem geht mit Mandy die Zeit schnell vorbei. Mandy lernt, eine Kamera zu bedienen. Okay, wir machen jetzt eine Freestyle-Session. Ich mache Beatbox, du rappst. Du filmst noch, du kannst keine Foto machen, während du filmst. Ich filme doch gar nicht. Doch, nicht. Nee, schau. Du hast schon wieder im Video. Nee, ich mach doch. In Trassem angekommen, werden wir schon ungeduldig von der Chefin des Kanals erwartet. Stepp. Servus. Wir sind noch etwas müde. Wir sind noch ein bisschen träge wie das Wetter. Ja. Wir haben heute meine Freundin dabei. Hi. Ich will Leute, die ich noch nicht kenne. Grüß, Michi. Hallo, Michi. Hi. Ich war an diesem Tag ziemlich motiviert und bin in Dauerschleife Runden gefahren. Deshalb starte ich das Video jetzt mal mit ein paar Abfahrten von mir. Juhu. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 so los geht's eine runde hinter fuchs der hier den ersten jump ganz professionell auslässt ist so rutschig und die hat hier schon einen guten speed drauf cornerjump lässt sie aus den mache ich dann auch nicht habe ich eine ausrede ich habe ihn nur nicht gemacht weil michael sich nicht getraut hat die brems ist heute sehr verräterisch da wird man direkt verpetzt wenn man bremst weil michael ist alles schön leise jetzt lässt sie rollen es geht hier auf den drop zu schön die line gewählt lässt gut laufen hier vor mir der trail fuchs jetzt geht es weiter in das gap da hat geknallt hätte ich ein bisschen mehr speed gebraucht egal geht voll klar ich lasse ein kleines bisschen abstand muss jetzt aber reintreten hier kann nicht so gut springen wenn ich da jemand folge aber es ging ja noch klar nachdem ich gut eingefahren war habe ich mir ein neues feature vorgenommen ich wollte mal diesen cornerjump in den anlieger machen weil es beim ersten mal so gut geklappt hat wollte ich es natürlich gleich noch mal machen nach dieser kurzen nahtoderfahrung habe ich mich entschieden es für diesen tag gut sein zu lassen aber im großen und ganzen geht der klar mendi ist aus irgendeinem grund aus versehen über den sprung gefahren und gestürzt zum glück ist nichts weiteres kaputt gegangen als die teure neue fox hose da hat sie sich natürlich ein bisschen geärgert nachdem das bei mir an diesem tag ziemlich gut lief habe ich mir noch vorgenommen am schluss den drop zu machen ich werde meiner gabel morgen einen strauß blumen kaufen und sie fein zum essen ausführen für diese rettungsaktion so das war es erst mal von mir jetzt geht die kamera über an mendi die hier mit jenny ein paar lustige runden gedreht hat auf in den kampf das andere sah nicht nimm mir was ich gleich gesagt habe erst mal muss ich mich hier beschweren denn kaum sind die beiden mädels hier zusammen werde ich eiskalt gemobbt ich bin jetzt wahrscheinlich voll die performen Genau, der verformt jetzt voll so gut. Du bist so böse. Bist du René? Jo. Genau. Oh, fuck! Fuck! Scheiße! Lecker, Mio! Hey, hey, hey! Okay! Die Wurzelprofis! Wow! Da Mandy hier das erste Mal gefahren ist, ist sie auch hier das erste Mal dieses Gap gesprungen. Ach so, kommt das jetzt! Scheiße, rindrede, 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 rindrede! Wuhu! Yeah! Schneller, schneller, schneller! Oh! So lange, so scheiße! Der Drop ließ auch nicht lange auf sich warten. Yo! 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 Wuhu! Es waren 0 Grad, eisiger Nebel und Schneeregen und wir alle hatten einen verdammt geilen Tag. Man braucht nicht immer schönes Wetter und ideale Bedingungen, sondern einfach nur die richtigen Leute. Cruelove is true love! Cruelove is true love! Linkhalle! Leo! Loser! 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 Da die autumn! Der die arahende! Depp ausseend! Depp ausseend! Der die neue Macht! Und so geht dieser tolle Tag in Trassen vorbei. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Wir freuen uns derzeit auf den Frühling, aber fahren natürlich trotzdem bei eiskaltem Wetter. Falls ihr irgendwelche geilen Spots habt, die ihr uns empfehlen könnt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ansonsten, wie immer, sehen wir uns in den nächsten Videos. Jenny macht jetzt die Tables und du... Ist Outro. Das war's mit dem Video. Viel Spaß beim Gucken, abonnieren und vergessen, Daumen hoch, tschö. Du solltest einfach nur abziehen rufen, wenn Jenny kocht. Das kann ich. Abziehen! Und, wie war das? Super! Jenny, was machst du denn? Und trotzdem gibt's da alles. Ich hab das. Ich hab das. Passt du.